Ich sitze Backstage im grünen Spahn auf der großen Freiheit in Hamburg und bei mir ist die biblischste Landplage, die Thüringen zu bieten hat, die apokalyptischen Reiter. Schönen guten Abend. Hallo Stefan. Hallo Stefan, guten Abend. Hallo Leute. Euer neues Album Licht, das jetzt gerade rausgekommen ist, ist sehr erfolgreich unterwegs, ist auf Platz 29 in den Charts eingestiegen. Und ja, ich für meinen Geschmack, wo ich euch schon lange verfolge, würde ich behaupten, dass es ein wenig eingängiger ausgefallen ist als bisher. Mit Adrenalin ist euch ein richtiger Hit gelungen. Seht ihr das genauso, dass ihr ein bisschen auf dem neuen Album einfacher gestrickt seid als vorher? Das würde ich nicht sagen. Es gibt wieder ganz unterschiedliche Songs, ganz unterschiedliche Einflüsse und ganz unterschiedliche Themen, die bearbeitet werden. Was uns in der Tat gelungen ist, sehr eingängigere Franks zu schaffen. Und wenn ich das mal selber von mir sagen darf, ja, ich kann einfach besser singen als vorher. Das Album ist in sich, ja. Das Album ist ja geschlossen und wir haben vielleicht im Vorfeld bewusst bestimmte Ideen nicht weiter ausgearbeitet. Also wir hatten es gehabt, die Idee mit einem Orchester zu arbeiten und wir haben es dann letztendlich komplett verworfen und haben auch, was die Instrumentierung angeht, irgendwie diesmal eigentlich eher ganz klassisch gearbeitet. Aber es ist einfach so passiert. Das Verrückte ist, dass wir früher immer total experimentell waren und die Leute haben gesagt, die Reiter sind viel zu experimentell. Jetzt machen wir ein Album, was ein bisschen weniger experimentell ist und wir sagen, ihr seid ja irgendwie überhaupt gar nicht mehr experimentell. Also ich denke, die Reiter sind einfach, was sie sind und wir haben es einfach geschafft, das, was wir können, auf Punkt zu bringen. Die Chartplatzierung ist die höchste, die ihr bisher hattet, richtig? Ja, und auch die längste. Auch in Österreich und der Schweiz waren wir in den Charts, also das läuft sehr gut. Könnt ihr euch das erklären, dass in letzter Zeit immer mehr Metal in die Alben, in die Charts tatsächlich gelangt? Also mehr als früher? Seht ihr das vielleicht ähnlich, dass Metalheads doch tatsächlich noch Leute sind, die sich wirklich Alben kaufen, statt sie sich irgendwo anders zu besorgen? Ja, das spielt sicherlich eine Rolle und Metal ist auch wieder größer unter Rockmusik im Allgemeinen als, sag ich mal, vor 10, 15 Jahren. Also mit einer Gitarre verschreckst du heute echt gar keinen mehr und auch die Jugendkultur, was jetzt hochkommt, gehen irgendwelche Mädchen-Klamottenläden. Da kannst du irgendwie so diese ganze Kultur, was Rock ausmacht, kannst du ja heute so von der Stange kaufen. Das ist einfach ein Lifestyle. Bands Sonic Syndicator oder Band wie Marionette, wie wir mit auf Tour haben, die sehen aus, als wenn sie aus der Disco kommen könnten. Also da ist so mit, ich bin ein Rebell und ich bin anders, ist da irgendwie nicht mehr so. Wie kommt ihr dazu, stets solche Bands im Vorprogramm zu haben, bei denen man drei, viermal hinhören muss, bis man vielleicht eine Verwandtschaft mit eurer Musik entdeckt? Ja, dann habe ich noch eine Gegenfrage. Wer passt denn zu uns? Das ist eine gute Frage, das ist eine echt gute Frage. Und du kannst die Leute einfach mal an ganz andere Musik ranführen oder auch an einen gewissen Horizont arbeiten. Das ist eine schöne Sache. Wir haben ganz bewusst diese Bands ausgewählt, weil wir einfach sagen, die Reiterfestspiele heben sich davon von anderen Toren ab, dass bei uns kriegst du einfach nicht so dieses Schmalspurdenken, sondern bei uns kriegst du das ganze Ding rundherum. Und das steht so ein bisschen so für, wie wir denken, wie wir komponieren, was in unserer Musik drinsteckt. Weil wir wollen eigentlich raus aus diesem, du darfst nur das tun und wenn du das tust, bist du nicht mehr true. Ihr habt auf jeden Fall immer noch Stücke, die nach vorne gehen. Ihr habt Stücke, die sehr eingängig sind und aber auch wieder die Balladennummern. Und wie schafft ihr es oder was ist es beim Songwriting, was euch dazu bringt, einmal Songs zu schreiben, die wirklich himmelhoch jauchzen sind und dann wiederum Songs zu schreiben, die todtraurig sind, wie zum Beispiel der Elende? Na, das ist das Leben. Ich sage ja immer wieder, das Leben schreibt die Liederung. Es ist einfach das, was uns begegnet, was uns berührt, fließt in die Musik mit ein. Wie du das angesprochen hast, der Elende zum Beispiel, das ist eine ganz konkrete Geschichte. Den Typen gibt es wirklich und der kraucht einen Bankrock rum. Adrenalin ist in einer Angstsituation entstanden beim Klettern und so führt sich das fort. Da sind alle sehr reiselustig mittlerweile. Wir versuchen immer dadurch auch mal aus den täglichen Verpflichtungen und täglichen Gedankengängen rauszukommen. Wenn du jeden Tag Tagesschau guckst und Frankfurt Allgemein liest, bist du irgendwann auch so ein totaler Nerd, der irgendwie nur das glaubt, was du einem vorgesetzt kriegst. Und deswegen mal einfach auch, was weiß ich, man muss einfach mal auch durch Asien laufen und mal denken, mein Gott, was für Probleme habe ich eigentlich hier? Was für Probleme haben die dort? Und wie kann man das in Relation setzen? Was ist jetzt wichtiger? Und wie hängt das alles miteinander zusammen, also auf der ganzen Welt? Ihr seid jetzt mittlerweile schon ein gutes halbes Jahr mit einem neuen Line-Up unterwegs. Ihr hattet euch ja einstmals, habt ihr euch erweitert. Da seid ihr dann aus den vier apaglyptischen Reitern, sind dann tatsächlich fünf geworden. Und nun habt ihr den nächsten Schritt getan. Das war das Chaos. Das ist nur in der Bibel nicht erwähnt worden. Okay. Es gibt ältere Bücher. War das Chaos auch der Grund, warum man jetzt nicht mehr dabei ist? Ähm, nein. Es ist eben einfach so, dass ich manchmal Lebenswege trenne. Also da muss man auch nicht irgendwie böse sein, da kann man vielleicht mal traurig sein. Solche Dinge passieren einfach. Menschen entwickeln sich in andere Richtungen, haben andere Ziele, andere Vorstellungen vom Leben. Ja. So ist das halt einfach. Wir hatten halt einfach nicht mehr das Gefühl, dass es so gepasst hat. Und wir hatten eine Vision mit der Band und das ging nicht so richtig übereinander, sage ich mal. Jetzt habt ihr mit Lady Catman wieder Verstärkung an Bord und jetzt habt ihr dann tatsächlich eine Dame bei den apaglyptischen Reitern. Wie funktioniert das so, Backstage, unter der Dusche, in der Umkleide? Die meistgeschälteste Frage in der Verfluchtheit. Also im Turbus riecht es deutlich besser. Also es bringt eine völlig neue Komponente. Eine neue Duftkomponente. Man wird allerdings währenddessen, wird man sich bewusst, wie männerdominiert diese Musik eigentlich ist. Das macht es natürlich auch speziell, aber ich denke, es wird ja vielleicht bei Cannibal Corpse nicht funktionieren. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch wieder in dieses Virtuose reinpasst. Und ich habe euch auf dem Rockhard Festival gesehen, wo ihr alle so aufgetreten seid, wie man euch kennt. Und sie in einem komplett weißen Dress. Das war natürlich auch ihr einfachen Hingucker. Obwohl der Auftritt eher so suboptimal war. Warum suboptimal? Der war ja so. Ging so. Ich hatte Spaß. Wir hatten alle so lange Spaß, dass unser Tonmann mit so einem riesenroten Kopf runtergerannt kam und hat gesagt, Das habt ihr denn da gespielt? Und so. Wir waren auch heute total aufgeregt. Der erste Auftritt mit Lady Catman. Achso, okay, das war der erste. Das war der erste. Und alle waren so. Dann natürlich gleich vor so einer Kulisse. Und dann dieses Amphitheater. Und ja. Also es ist nicht so alles glatt gelaufen. Aber wie gesagt, Stimmung war top. Und wir sind, glaube ich, auch die drittbeliebteste Band gewählt worden von den Zuschauern. Wir gucken jetzt nur noch Fernsehen. Also wir sind ja mit Mustache, wie gesagt, auf Tour. Und die sind ungefähr immer noch so drauf, wie wir vor fünf Jahren drauf waren. Und das ist dann wie, das ist Fernsehen schauen. Sich zurücklehnen und genießen. Also das ist ein super Programm liefernd. Das ist schlaubhaft. Schöne schwedische Sitcom im Bus, ja. Und nicht nur im Bus. Ich denke mal, wir werden ja die große Freiheit runterlaufen. Wir werden uns hinten dranhängen. Dann gucken wir, was passiert. Halt die Fresse! Okay, ich danke euch vielmals für das Interview. War wieder ein Spaß mit euch. Schön, dass ihr hier seid. Und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß heute Abend. Danke. Und ebenfalls. Macht's gut.